Du bist so wundervoll, Berlin, Berlin. Ach, guten Tag, Herrschaften. Ich bin Babylon Berlin. Äh, die große Hure Babylon. Ja, die Serie haben sie mir zu Ehren so genannt. Aber ich stamme aus Berlin, Alexanderplatz von Alfred Döblin. Und aus der Bibel. Und jetzt hebe ich mal meine Röcke und dann Rinnensvergnügen von Reklame, Radio, Riesenmassen, Roaring Twenties. Aber Vorsicht, in meinem Chaos kann man sich verlieren. Wow. Mit dabei sind Franz Biberkopf, früher Zementarbeiter und Möbeltransporteur, der die letzten vier Jahre im Knast in Tegel verbracht hat, weil er seine damalige Verlobte Ida ein bisschen im Affekt erschlagen hat. Und im Grunde ist Berlin Alexanderplatz die Geschichte, wie Franze im Chaos von Babylon Berlin versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Wobei vor allem drei Leute eine Rolle spielen. Eva, eine ganz liebe Prostituierte, die früher schon immer auf Franz gestanden hat und ihn jetzt eine neue Freundin verkuppelt, nämlich die Mieze. Das ist eine Kollegin von ihr, ganz jung, gerade von zu Hause weggelaufen. Und die liebt er wirklich und sie ihn auch. Auf der männlichen Seite gibt es Reinhold, der notorische Aufreißer ist, aber gleichzeitig ganz schüchtern wirkt. Und in Wahrheit, na, das sehen sie dann. Und natürlich gibt es noch Dutzende anderer Figuren, ist ja ein langer Roman und eine große Stadt. Döblin veröffentlicht seinen Roman 1929 und es ist diese Montage aus Großstadtgeräuschen, Großstadtleben, die das Buch so riesig erfolgreich machen. Naja, das müssen sie schon lesen, um es zu erleben. Wir können hier nur ganz grob Franzens Weg durchs Labyrinth der Großstadt erzählen. Und der beginnt mit seiner Entlassung aus Tegel. Freiheit ist die richtige Strafe. Drin war wenigstens Ordnung. Auf entsprechendes Glockenzeichen ist sofort mit der Arbeit zu beginnen. Ja eben, das meine ich. Wo soll ich denn jetzt hin? Boah, dieses Chaos. Die Häuser stürzen auf mich ein. Aber ich bleibe anständig. Es braust ein Ruf wie Donnerhall. Und ein jüdischer Passant geht vorbei und sagt, ist euch nicht gut? Kommt mal mit. Und der kümmert sich um ihn. Holt ihn aus seinem Trip runter und erzählt ihm eine komische Geschichte. Ja, von Stefan Zanovich. Und irgendwann Affe. Wat quatschen sie mir hier wat vor? Na, ist ja jut. Franz geht ins Kino und wird angeturnt da. Ich muss ein Weib haben. Aber es klappt dann potenzmäßig erst bei der zweiten Hure. Und dann geht er zu seiner Ex-Schwägerin Minna. Das ist die Schwester von Ida, die er damals erschlagen hat. Klingelt und sie sagt, Franz, ich schrei Hilfe. Wieso denn? Und er fällt über sie her und vergewaltigt sie. Und hinterher sagt sie, ich sag's meinem Karl. Und wer bezahlt mir die Schürze? Am nächsten Tag kommt er mit einer Packung Schürzen. Und die nimmt sie und dann sagt sie, komm nicht wieder, Franz. Weil er sonst ausgewiesen würde aus Berlin, fängt er jetzt an, als Straßenhändler zu arbeiten. Und zwar verkauft er Schlipshalter. Warum trägt der Prolet keine Schleifen? Na, weil er sie nicht binden kann. Und er hat eine Freundin, die etwas schlampige Polin Lina, mit der er viel Spaß hat. Ach, wisst ihr wat? Ich verkauf doch lieber Zeitungen. Und, äh, aber welche? Soll ich Pornos? Ah nee, ich nehm die politischen hier. Die rechtsextremen Zeitungen. Ich hab zwar nix gegen Juden, aber das verkauft sich gut. Dafür wird er dann allerdings von seinen alten Freunden aus der Kommunistenkneipe vor die Tür gesetzt. Och, die spinnen doch alle! Und jetzt kommt Schicksalsschlag Nummer 1. Er ist auf Schnürsenkel umgestiegen, die er mit Linas Onkel Otto Lüders zusammen verkauft. Und dann kommt der freudestrahlend von einer Verkaufstour zurück und sagt, 20 Merker, die hab ich von einer Witwe gekriegt für einen Liebesdienst. Ach ja, wo? Und der Lüders geht auch zu dieser Witwe und raubt sie aus. Das kriegt der Franz mit und sagt, dass der Lüders sowas macht. Und das gibt ihm einen echten Schlag. Er verkriecht sich. Er taucht unter. Während Berlin siedet, döst Franz depressiv. Es dauert echt lange, bis er aus dieser Kuhle wieder auftaucht. Im Schlachthof werden Stiere geschlachtet. Schweine geschlachtet. Quiek! Franz versucht's mit Saufen. Er versucht's nochmal bei Minna. Dann trifft er Pums. Hallo, mein Name ist Pums. Ich bin Obsthändler. Willst du auch mal Obst bei mir verkaufen? Vielleicht, wenn es sich lohnt. Komisch, dass der mit Obst so viel Geld macht. Und dann lernt er in der Kneipe Reinhold kennen. Der echt nett und schüchtern ist. Du, ich hab ein Problem. Ich will meine Frenze nicht mehr haben. Nimmst du mir die ab? Hä? Das ist seine Freundin. Und tatsächlich nimmt Franz ihm die Frenze ab. Und die sind zusammen und findet sie nett. Und wenig später taucht der Reinhold auf und sagt, hier, ich will mit der Silly nicht mehr zusammen sein. Nimmst du mir die ab? Und er so, wie denn, schon wieder? Und tatsächlich passiert das wieder. Frenze schiebt er ab. Er ist jetzt mit Silly zusammen. Und dann, binnen Kurzem, kommt der Reinhold wieder und sagt, ich will jetzt mit der Trude nicht mehr... Nee, also, nur ist gut. Ja, ich will's ja auch nicht. Ich will ja auch weg von die Weiber. Und Franz will ihm echt helfen. Deswegen sagt er, nee, jetzt behältst er. Erst mal die Trude. Ja, und was ist mit der Nelly aus der Zentralmarkthalle? Und die Nelly aus der Zentralmarkthalle wird von Franz vorgewarnt, sodass sie gar nicht auf den Reinhold reinfällt. Und der so, grrrr. Du willst wohl Doktor spielen? Ja, warum nicht? Bis ich ein Ehekrüppel bin. Komm, jetzt trink mal einen Schnaps. Aber der Reinhold hegt jetzt echt einen Groll gegen ihn. Und dann folgt, kurze Zeit später, Schicksalsschlag 2. Pums spricht ihn an. Hier, mir ist einer von meinen Jungs ausgefallen. Ich brauche dich heute beim Obsttransport für 5 Mark. Und er so, was? Das ist nämlich viel Geld. Das ist ja ein komischer Obsthandel. Und erst als die Bande, zu der übrigens auch Reinhold gehört, einbricht, merkt er, dass es sich um Verbrecher handelt. Und er so, nein! Du stehst schmiere. Stell dich nicht so an. Und er haut ihn voll. Und er so, boah, die haben mich voll reingelegt. Und dann heißt es Abfahrt. Und so, oh nein, wir werden verfolgt. Und Franz grinst. Und der Reinhold, der ihm ja sowieso böse ist, sagt, Was lachst du, Affe? Und plötzlich packt er ihn und schmeißt ihn aus dem Auto auf die Straße. Und Franz wird vom Verfolgerauto überrollt. Übelst. Oh! Er kann sich mit letzter Kraft zu seinem Freund Herbert schleppen, den er aus dem Knast kennt. Und der fährt ihn nach Magdeburg in die Klinik aus Sicherheitsgründen. Und dort guckt ihn der Arzt an und sagt, Tja, der Arm muss ab. Nein! Aber sein Arm wird ihm amputiert. Und erst sagt er gar nicht, was passiert ist. Und die Eva, die übrigens die Freundin von Herbert ist, versucht auch immer rauszufinden, was da los war. Und irgendwann gesteht er dann, dass das ein Einbruch mit Pumps war. Und die so, was? Der Pumps muss für den Arm zahlen, natürlich. Nee, nix da. Und dir zahle ich auch alles zurück. Ich kümmere mich jetzt um mir selber. Und dann geht er zurück ins Großstadtleben. So, komm her, Franzeken. Ich brauche Kohle. Er arbeitet relativ erfolglos als Hehler. Und irgendwann kommt die Eva so. Und sagt, Hier, Franz, ich hab ein Mädel für dir. Emilie Pasunke. Aber eigentlich möchte ich lieber Sonja heißen. Nee. Du bist mein Miezeken. Und das ist jetzt echt schön mit dir. Sie können sich auf Anhieb echt gut leiden. Sie arbeitet als Hure und verdient für ihn mit. Tja. Und ich bin jetzt ein Lude. Ab und zu fällt die Eva aber auch mal über ihn her. Lass, lass mir doch. Was ist denn mit den Herbert? Ich bin so verliebt in dir, Franz. Aber er ist eben auch richtig in Mieze verliebt. Mädel, Miezeken. Du kannst machen, was du willst. Ich lass dir nicht. Eva und Mieze haben so großzügige Hauptfreier als Gönner. Immer Franz, der nichts zu tun hat, beschäftigt sich mit Politik. Hm. Ob ich Kommunist werde? Und die Eva so. Mieze, der Franz soll sich lieber mal um die Pumpsache kümmern als um Politik. Und ich will ein Kind von ihm. Stört dir das? Und die Mieze so. Quietsch. Eva, du bist doch meine Eva. Ich find das toll. Und sie knutscht sie voll ab. Und sie so. Ja, ist ja jetzt auch mal gut. Und der Franz so. Ach, der Knast. Das war doch auch ganz schön. Und dann geht er zu Reinhold. Und der ist natürlich schockiert, ihn zu sehen. Weil er denkt, er will sich an ihm rächen. Ha, was willst du? Und der so nüscht. Reinhold zieht einen Revolver und hat total Bammel. Aber dann merkt er, dass der Franz total anfängt zu zittern und sagt sich. Ha, 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 hab ich dir. Ich bin ja übrigens mit der Zilli wieder zusammen. Weißt du, so da Kapo. Und du hast auch ein Schnuckelchen. War hier? Ich will die Mieze mal sehen. Und ich will bei Pumps wieder mitmachen. Wat? Aber genau so passiert es. Der einarmige Bandit ist bei neuen Brüchen dabei. Und verdient entsprechend ein bisschen Kohle. Worauf er total stolz ist. Guck mal, Kohle. Habe ich verdient. Schenke ich dir. Wat? Na, ich muss doch auch was arbeiten. Sonst gehe ich kaputt. Und sie weint. Willst du mir loswerden oder was? Verdiene ich dir nicht genug. Ich will es nicht. Ja, aber... Und der Reinhold versucht Franz jetzt endgültig kaputt zu machen. Und sagt, ich will die Mieze mal sehen. Sie darfst aber nicht mitkriegen. Und der so, ja, dann versteckst du dich halt im Bett, wenn sie nach Hause kommt. Und das macht er wie bei Rotkäppchen. Mieze kommt nach Hause. Franz, ich muss dir was sagen. Ja? Du, da ist dieser Neffe von meinem Gönner. Der hat sich in mir verguckt. Nicht böse sein. Wieso soll ich denn... Hast du dich auch in den verliebt? Ja. Wat? Ich gehöre ja dir. Aber er schlägt sie und sagt dann, so, nun mal raus, Reinhold. Und als der Reinhold rauskommt, kriegt sie einen Schreikrampf. Und der Franz stürzt sich auf sie, erwirkt sie fast. Aber Reinhold drängt ihn ab und rettet auf diese Weise Mieze das Leben. Und jetzt kommt der Hammer. Am selben Abend noch sind Franz und Mieze wieder versöhnt. Sie lieben sich halt. Aber ich muss mir ja diese Pumskolonne jetzt echt mal angucken. Eva hat ja gesagt, ich soll mir um Franz kümmern. Deshalb schleicht sie sich in die Gauner-Bande ein und lernt Matta kennen. Das ist ein Klempner, der für die Bande arbeitet. Der Reinhold kriegt es aber mit und sagt, so, Mieze, wie wär's denn mit dem Ausflug nach Freienwalde? Und damit ist sie einverstanden. Die drei machen einen Ausflug aufs Land. Das ist erstmal ganz nett. Beim zweiten Mal macht sie den Fehler, allein mit Reinhold in den Wald zu gehen. Und der sagt, willst du mal meine Tattoos sehen? Küss mich. Und sie so, äh, lassen Sie mich los. Ich hab den Franz aus dem Auto geschmissen. Und die so, nein, du gemeiner Hund. Und jetzt willst du ihn mir haben. Jawohl. Sie schreit. Er erwürgt sie und zwingt dann den Klempner, mit ihm die Leiche zu vergraben. Franz wundert sich erstmal nicht, dass Mieze weg ist. Sie ist öfter mal mit ihrem Gönner unterwegs. Irgendwann sagt er dann, aber wo die Mieze wohl hin ist? Und Eva hat ein ganz ungutes Gefühl. Die ist bestimmt ermordet worden. Und ich bin von Franz schwanger. Und als der Klempner wegen einer anderen Sache von der Polizei geschnappt wird, sagt er, der Reinhold ist so mies. Den hänge ich hin. Miezes Leiche wird gefunden und dann sucht die Polizei Reinhold und Franz. Wie denn? Mieze ist tot? Boah, wenn ich den Reinhold kriege. Weil er ihn nicht findet, zündet er das Haus an, in dem Reinhold gewohnt hat. Und während einer Razzia in einer Kneipe am Alexanderplatz erschießt er dann einen Polizisten. Bang. Aua! Er wird verhaftet. Aber Reinhold auch. Der war nur entkommen, weil er mit falscher Identität im Knast war. Reinhold wird wegen Mordes verurteilt. Franz aber kommt in die Psychiatrie, wo die Ärzte erstmal nichts mit ihm anfangen können. Hm, der ist katatonisch. Isst nichts, trinkt nichts, spricht nichts. Äh, Zwangsernährung. Franz wehrt sich so gut er kann gegen den Gummischlauch. Sterben ist gegen die Hausordnung. Und nach einiger Zeit kommt der Tod zu ihm. Und der Franz so. Ich leide. Gut. Ich hab immer gelitten. Ja. Ich will nicht mehr. Ich, ich, ich. Du hast völlig planlos gerödelt in all dem Chaos, statt mal wirklich hinzugucken. Du bist selber schuld am Verbrechen an dieser Witwe, an deinem Arm, an Mieze, an allem. Hör auf! Und nach zwei Nächten fieser Psychofolter vom Tod stirbt der alte Franz innerlich. Dann verjagt der Tod die Hure Babylon. Äh, Aua! So, verschwinde. Und jetzt ist endlich Ruhe. Und du, mein Freund, wirst Hilfsportier in der Fabrik. Ende. Und was heißt das jetzt? Sollen wir resignieren und uns alle mit einem miesen kleinen Job begnügen? Nee, und ich spreche jetzt mal für den Dublin. Ihr sollt aufpassen, was mit euch passiert. Ihr sollt euch vor allem nicht vom Chaos der Massengesellschaft einfach mitreißen und manipulieren lassen. Und wenn's nach Dublin geht, kämpft ihr lieber sozialistisch gegen die ökonomische Gewalt des Chaoskapitalismus. Und das, liebe Gemeinde, war Berlin Alexanderplatz von Alfred Dublin. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.